4, 2 und 3 haben wir jetzt. Ne, so ein 1, 2 und 3 und 4, 6 brauche ich. Aber es ist auch lange Nacht, finde ich. Naja, ich sage nur eins, selber kochen ist das Wichtigste, selber kochen ist besser als zu bestellen. Also die Industrie wächst auch schon. Wir sind auch fast schon gut aufgelevelt, wir wachsen auch gut, also die Gedeihen hier auch schon und so kleine Gebäude auch so, da ist es gut, bald sind sie Level Up, bald erreichen sie auch die Stufe 2 hier, da habe ich ein Auto, okay. Ja, wir haben es überlebt, die erste Halbzeit. Das machst du immer. Ja, die erste Halbzeit überlebt. Ja, das wichtigste erste Mal vor euch Krankenhäuser bauen, dass es mal eine Mülldeponie gibt. Das kann nicht so schwer sein im Plus zu kommen. Ja, okay. 1.344 Einnahmen schon und 1.477,12 Dollar Ausnahmen, also machen wir doch schon mal Einnahmen hier. Das geht jetzt voran auch langsam. Die erste Halbzeit haben wir schon, also erste Malensteller nächstes bei 900. Was bekommen wir da eigentlich? Können wir schon mal noch gucken. Ah, die Tatütatat, die Feuerwehr und die Polizei. Ah, okay. Das ist gut. Aber bekomme ich denn eigentlich Nachtverkehr? Ah, hier bekomme ich schon die Parkstraßen. Okay, dann muss eigentlich der Park eigentlich auch dann hier geben. Genau hier. Ne, das sind kleine Parks. Das sind nicht Standardparks. Hier bekomme ich... Ach, erst mal 2.4 bekomme ich Transport. Wollt ihr mich verarschen? Äh, moin, moin. Na, alles klar. Du kannst auch auf Deutsch schreiben. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Komm, los! Bisschen mehr Plus. Warte, ich mach mal eins ganz kurz. Das hier raus, das schon mal so hier bauen kann. Oh, der erste Tag. Wie lange die Nacht jetzt ging. Ui! Ja, wir machen Plus. Aha, jetzt kann ich zurücklehnen und abchillen. Endlich mal ein Plusbereich hier. Oh, das ist gut. Sonst können wir eigentlich jetzt mal kurz mal gucken, ob wir schon mal eine Krankenstation aufbauen. Ich glaube mal, die bauen mal hier so einen Kreisverkehr rein. Genau hier so. Jetzt hier am Kreisverkehr, können sie hier gleich raus, dann können sie gleich hier lang und dann hier. Nein, ich will keinen Müll bauen. So. Aber es ist schön, dass sie da nicht mal vorangeht. Was denn? Ich bin kein Problem. Ja, ne, ne. Ja, ne, 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 ne. Na, alles gleich, digga. ich weiß es nicht ich glaub mal ja ich glaub mal später muss doch mal gucken ich weiß nicht ob ich den kreisverkehr lassen soll so mit grün ja das innere lassen wir grün und machen wir hier draußen hier gar nix und ist das ist hier die ausfahrt von der autobahn aber machen wir hier schon mal aber noch mehr beim leute warum zieht das so viel bei mir ein hallo ich bin wohl nicht gleich da bleiben so okay ich kann nur hier oben einzeichen ist gut mir geht es sehr gut danke der nachfrage und selber so industrie wollen sie schon wieder haben da könnt ihr eigentlich noch selber bauen ich jetzt noch eingezeichnet meine leute also hier könnt ihr noch ein zeichen das muss ich bis 24 abkacken dann krieg ich endlich nachverkehr was bekomme ich noch alles warte mal wissen wann bekomme ich eigentlich das was ich haben will dass die class bei 7000 okay ist wenig monore bei 10.000 bahnhöfe ok schon mal ein bisschen gucken was 16.000 19.000 30.000 man bekomme ich das ist auch jetzt sich gerade ein bisschen verwirrt aber richtig war dann mal ich guck mal bei 900 nachschneiden bei 900 bekomme ich das nie bei 1400 ok also hier dann ok damals eigentlich 900 haben wir ja bald also dann können wir ja bald eigentlich mal den ersten park bauen vom parklight bin ich gespannt was welcher freigeschalten wird es zeigt auch nie an gerade es zeigt gerade gar nicht an welcher park bin ich gespannt wer cool also einnahmen mäßig ist immer noch sehr gering bei mir hier aber das ist verständlich ich mach mal ganz kurz mal nein 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 ich würde kreis machen so hier eine kleine fläche und ich da und der rest kommt dann wohnungen muss man sich so muss man sich als steine wegreißen so mir bauen können alter böser böser stohn so schule könnte ich auch bauen aber da brauche ich 12k dafür und das habe ich nie ich bin nicht so reich ich bin ein armer bürgermeister also wir machen gerade 1000 einnahmen 1179 mit wohngebieten 800 erst mit links und 500 mit industrie ist nicht viel ja ich habe jetzt im regen das auch gebacken nach der zeit aber was mir auch an der karte richtig gefällt ist das hier hier das mit dem see da habe ich auch schon eine idee was ich da machen will an den see das wird auch schon geil ja ich habe mich schon ein bisschen die map vorher schon ein bisschen angeguckt so deswegen weiß ich das was ich schon ein bisschen vorab mit der map das wird richtig cool mit dem see hier so industrie wird okay habt noch baufläche hier vorne sehe ich gerade aber was ich auch machen will ist mit ähm die straße hier weg ich will hier die reihe hier eventuell mit kreisverkehr verbinden das so hier eine lange straße dann eventuell bis hierhin geht's ich zeig mal so ungefähr bis hier wo ich jetzt gerade habe und dann ab hier dann wieder ein kreisverkehr und das haben wir weiterhin so da haben wir schon den nächsten malen stein ja lass gut ran jetzt begann ich meine schule bauen da bist du überhaupt 12k eine freie schule 10k 12k 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 oh das ist gerade schwer wahnsinnig 12k 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 schule machen können aber die kostet 12k